Was beim Nichts ist das Schattenfall? Ich habe einmal gedacht, beim Gehen, ich bin schlampfer gegangen, wie es so oft geht. Beim Gehen werden nicht. Das hat durchgegangen. Das war alles. In der Nacht wollte ich dann einmal aufstehen, habe ich den Fuß nicht mehr dran. Das kommt raus. Ich habe gesagt, das ist nicht so stark einfach. Wenn zwar dann der mittlere Vrenger so angekommen bin, dann bin ich aufgespannen, weil ich es so nicht habe. Aber ich war dann so. Ich habe einen Schlager vorhin, kann ich einen dahinter. Und da habe ich nicht mehr geschaut, dass ich positiv bin. Ich habe keinen Greifstift halten können. Ich habe nicht mehr gesehen. Aber es ist immer besser geworden. Ich habe auch immer gesagt, dass das so weit geht. Da habe ich mich gefallen. Es gibt Zeit, dass es so weit geht. Dann kann man mich noch etwas am Mond zählen. Und dann so etwas. Also die habe ich als die Hand beweglicher geworden. Ich habe viel Übungen dazu. Was ich gemacht habe, dass man vorher überhaupt nicht geht. und du kannst ihn auch gar nicht schmerzen und mit Freude wieder hergekommen werden. Und das hat wieder was funktioniert, was man schön davon gehen kann. Als der Herr Steiger in uns gekommen ist, hat er schon relativ viele Sachen wieder gekümmert. Es hat eher Kleinigkeiten, die eigentlich ausbaufähig waren, die Feinmotorik, das gezielte Bewegen, auch die Kraftdosierung. Das ist dann eigentlich auch im Laufe der Zeit mit der Therapie immer besser gelungen. Wir haben z.B. den kleinen Komplex. Da hat er sich von ungefähr einer Minute auf ungefähr eine halbe Minute verbessert. Gezielter Griffen waren in der Hand, die Stabern viel besser, viel schneller tragen, viel selbstsicherer. Es ist ungefähr ein halbes Jahr, war jetzt Pause nach Therapieabschluss. Die Verbesserungen, die wir erreichen können haben, die haben wir auch erhalten können, vollständig. Es ist sogar teilweise sogar noch ein bisschen besser. Die Betroffene waren schon wieder auch gleich gut, wie die gesunden haben. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!